. 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 Wie es richtig geht, sehen Sie an der B-Abwehrt 02. Mit Gastland Russland vom 26. April bis 5. Mai in Bern. Spotflash. Zwerbefenster für den Espas Mittuland auf Tele Bern. Swiss Retail 2002. Erlebniswelt mit über 150 Ausstellern aus dem Detailhandel. Kostenlose Degustationen und jede Menge Wettbewerbe mit Sofortpreisen. Swiss Retail 2002. Der Geburtsort vom echten Emmentaler Käse. Die Emmentaler Schaukäserei. 365 Tage im Jahr offen. Vom Morgen um halb neun bis abend um halb sieben. Fotodani. Das Allrounder Fotofachgeschäft, wo die Kunden immer die Gewinner sind. Aktuell kompetent. Mit eigenem Labor und Fotostudio für Porträs- und Passfotaufnahmen. Flug an Bern. Es gibt nichts Einfaches. Bequem fliegt euch die Intersky nach Elba, Corsica, Mallorca, Sardinien oder Berlin und Wien. Aertal Reisen zu Münzigen. Schu-Fashion Erotica. Neu in Grenchen und im Internet. erotikaschufashion.ch Spotflash. Zwerbefenster für den Espas Mittuland auf Tele Bern. Guten Abend. Willkommen zu der Kurznachricht auf Tele Bern. Nach dem Horrorunfall vorgestern bei Däherdingen auf der Autobahn A1 reagiert jetzt der Kanton Solothun. Die Folgen des Unfalls sind für den Solothun ist Baudirektor Walter Straumann klar. Wenn wirklich die Spahnkabel schuld sind, dann müssen sie so schnell wie möglich weg. Zusammen mit den Bundesbehörden wird jetzt nach einer Lösung gesucht. Beim Unfall, wo fünf junge Leute ums Leben kamen, ist ein Auto von Spahnseilen regelrecht aufgeschlitzt worden. Bei Neubauten dürfen diese Seile seit fünf Jahren nicht mehr als Trennung der Fahrbahnen gebraucht werden. Eben genau aus Sicherheitsgründen. Wenn nicht noch ein Wunder passiert, kann der Mystery Park nicht am 7. November eröffnet werden. Bis Ende April müssten für das nämlich noch 5 Millionen Franken zusammenkommen. Das ist aber noch lange nicht alles. Gesamthaft fehlen einem Erich von Däniken für sein Projekt immer noch 43 Millionen Franken. Für das es wegen dem Geldmangel nicht zu einem Baustopp kommt, wird jetzt die Finanzstrategie geändert. Eine Erhöhung vom Aktienkapital um 10 Millionen sollen finanzkräftige Investoren anlocken. Endspurt einen Tag vor der grossen Geburtstagsfeier. An diesem Samstag feiert die SBB offiziell den 100. und das an einem von den Hotknotenpunkten zu outen. Unter anderem mit einer grossen. Verpflichtet, der Bror Hansson ist neuer Trainer vom EHC BIO. Der 60-jährige Schwede hat bei den Seeländer einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der Bror Hansson ist in der Saison 1992-1993 schon mal beim EHC BIO erbanden gestanden. Den, wo BIO noch in Nazi-A hat gespielt. Noch zum Wetter. Morgen gibt es einen Mix zwischen Sonne, Wolken und Regen. Wobei die Sonne überwiegt. Es wird aber nicht wärmer als 10 Grad. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen gibt es in den nächsten 30 Minuten hier auf diesem Sender. Kawasaki, die neuen Bikes 2002. Ninja, Racing pur. ZZR, sportlich gestylt. Mainstreak, gepowerte Eleganz. Kawasaki, die neuen Bikes 2002. Jetzt beim Händler in ihrer Nähe. Technisch perfekt. Und extrem schnell. Die neue Bianca von Merka. Merka. Eine Wahl für die Zukunft. So wolltest du deine lieben Nachbarn schon immer wecken. Swiss Lotte. Können dein Leben verändern. Exklusiv, stilsicher. Typisch Mode von Furter. Feminin, sportlich, elegant. Typisch Mode von Furter. Männlich, kultiviert, klassisch. Typisch Mode von Furter. Jetzt zu Furter am Theaterplatz. Furter. Mehr als nur Mode. Merka. Jetzt an der Bia in Bern. Swisscom bringt alle Schweizer Schulen ans Internet. Mit Breitband und kostenlos. Und was uns besonders freut, schon über tausend Schulen sind bereits angeschlossen. Ne, das ist abgehoben. Das ist immer realistisch. Das ist das neue Logo von unserer Krankenkasse. Und jetzt jemand aus der Zielgruppe. Ein bisschen dynamischer vielleicht? Ne, dann heute. Jetzt weit weg. Geht's noch? Perfekt. Richtig aktiv. Unser Mann. So, und jetzt noch die Pointe. Ja, es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an uns allen. Es liegt dem Hässtestermundigen, dass sie jetzt erst stehen. Die nügel-nackelneue Harley-Davidson-Modelle. Und weißt du, das musst du halt schon selber rausnehmen, wenn du es noch nicht weißt. Tele-Bern News. Ein Servicebüblik für ein Espace-Mittuland. Heute mit Michelle Renaud. Grüß dich miteinander zu den Nachrichten vom Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.